Hallo meine Lieben, Türchen Nummer 13, guck mal, es ist wieder ein richtig großes, vielleicht sind ja hier unsere Karabinerin gefunden, da zweifelt drin, ich zieh mal raus, es ist ganz schön leicht. So, im Rhythmus der Nadeln liegt die Musik für die Seele. Oh, zwei Knäuel gleich und Stricknadeln, aber keine Karabiner. So, wir haben hier die Filzwolle Color zum Filzen, wird in der Waschmaschine dann fertig gefilzt, die Farbe 41, die Partie 3, 5, 1, 1, 3 und es sollen werden Filzhausschuhe. So, okay, und dazu Stricknadeln, ganzes Nadelspiel, die Stärke 8. Aber immer noch keine Karabiner. Mal gucken, wo die, vielleicht stecken sie ja hier irgendwo, dass sie einfach rausgeplumpst sind. Kann ja sein. So, nun, wenn wir es bis zum 24 gefunden haben, nehme ich den Kalender mal auseinander und dann schauen wir einfach mal, ob die Karabiner hier irgendwo in der Pappe stecken. Gefilzt habe ich jetzt auch noch nie, aber das kriegen wir auch hin. 100% Schuhwolle. Ich vermute mal, man strickt sich die Hausschuhe und dann packt man das Ganze einfach in die Waschmaschine und dann wird das dicht. Das vermute ich jetzt beim Thema Filzen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe hier selber auch noch ganz viel Filzwolle liegen, aber ich habe mich da noch nicht so richtig herangetraut. Vielleicht sollte man das jetzt auch so langsam mal machen. So, das war Türchen Nummer 13. Ich bin gespannt auf die 14. Das ist nämlich auch nochmal so ein großes wie hier. Okay, meine Süßen. Also dann, bis morgen zu Türchen Nummer 14.